Hallo! Da bin ich wieder. So. Hinten Softbox. Da Softbox. Softbox. Zeige dich. So. Greenscreen jetzt noch. Genau, da machen wir jetzt die Aufnahmen. Noch und noch für die Elfe. Ich hab schon der Haare. Oh Gott. So, jetzt geht's dann los. Genau. Ich hab meine Uhr noch drauf. Das passiert immer. Ich denke mal, ah genau, jetzt sprühe ich da mal eine Show. Mit Kontakt-Jonglage. Und dann hoppelt die erste Kugel mir da Vollgas drüber. Geil. Ja, auf alle Fälle. Ich fang jetzt mit dem Greenscreen an. Dann, ähm. Hau ich den schwarzen, der da ist, da. Hau ich da drüber. Genau, dann mach ich alles nochmal. Vor dem schwarzen Malten. Weil ich weiß noch nicht, wie das mit dem Greenscreen alles funktioniert. Also das Kind super geil sei. Oder es könnte irgendwie überhaupt nicht funktionieren oder ausordnen in der Bearbeitung. Dementsprechend mach ich jetzt alles einfach mal zweimal. Oder dreimal oder viermal. Bin ja jung. So mittel. Und ich hab ja Zeit. Dementsprechend. Tag eins. Bis Ende April hab ich Zeit. Und, ähm. Dann wollte ich das eigentlich mal quasi wie Uhr aufführen. Aber mal schauen, ob der Lockdown nicht so weiter geführt wird. Beziehungsweise die Veranstaltungsbranche. Ob da im April dann wieder was geht. Keine Ahnung. Abgerutscht. Ja. Jetzt. Ich hab mal, ähm. Vier 70er Kugeln her, du. Die sind neu tötet. Da unten sieht man's. Die sind brandneuen. Ja. Und da ist das Drehbuch quasi. Mal wieder anlegen. Ja, ich fang jetzt an. Mir wird's sonst zu kalt. Bis dann.